In unseren Reaktionen auf das Koalitionsergebnis von Union und SPD hören wir noch eine weitere Oppositionspartei, nämlich Marco Buschmann, ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP. Wir erleben heute die Ergebnisse von Koalitionsverhandlungen, deren wichtigste Frage in den letzten Tagen gewesen schien, wer wird was, wer wird SPD-Vorsitzender, wer wird Außenminister und so weiter. Das zeigt, dass diese Konstellation überhaupt keine Konzeption für die Zeit des Wandels hat voller disruptiver Technologien, in der wir uns befinden. Diese GroKo sollte besser Geko heißen, weil sie weder groß ist, sondern vielmehr eine Koalition der Gestrigen für das Gestern ist. Das kann man an vielen Beispielen belegen. Nehmen Sie das Megathema digitale Bildung. Da hat vor der Wahl die Bildungsministerin noch 5 Milliarden Euro Investitionen des Bundes in Aussicht gestellt. Fachleute hielten das damals schon für zu wenig. Rausgekommen sind jetzt 3,5 Milliarden. Gleichzeitig wird das Rentensystem bis 2030 mit weit über 100 Milliarden Kosten belastet. Das ist eine Zumutung für Jung und Alt gleichermaßen. Für die Jungen, die das bezahlen müssen. Und für die Alten, die wissen, dass das nicht gut gehen kann und deshalb dieses Rentensystem keine Verlässlichkeit mitbringt. Und gleichzeitig scheint es wichtiger zu sein, das Innenministerium in Heimatministerium umzubenennen, statt endlich ein Digitalministerium auf den Weg zu bringen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gesehen, dass man Digitalisierung nicht mal so im Nebenerwerb als Verkehrsminister machen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man sich mehr mit der Maut als mit der Digitalisierung beschäftigt. Das überhaupt nicht ehrgeizige Ziel des Breitbandausbaus 50 Megabit bis 2018 in 100 Prozent der Fläche ist bis heute nur zu 80 Prozent erfüllt. Das zeigt, wir hätten besser ein Digitalministerium statt ein Heimatministerium gebraucht. Ansonsten ist dieser Koalitionsvertragsentwurf ein Sammelsurium von lauter kleinteiligen Maßnahmen. Nicht alles davon schlecht, aber es ist ganz viel weiter so und ganz viel von Dingen dabei, zu denen man gar nicht Nein sagen kann. Stattlich Forschungsforderung, ja, wer sollte denn dagegen sein? Aber am Ende ist keine Leitidee, kein großer Gedanke dabei, der uns in die Zukunft führt. Stattdessen hat Frau Merkel offenbar nur ein einziges Ziel verfolgt, sich irgendwie im Amt zu halten. Sie entwickelt überhaupt keine Ambitionen mehr, gestalterisch tätig zu sein. Das erkennt man auch an der Ressortverteilung. Jedes Ministerium, das meinetwegen auf der Strecke dieser Legislaturperiode noch Gestaltungsmacht hätte entwickeln können, hat sie aus der Hand gegeben. Das Finanzministerium macht nicht die CDU. Arbeit und Soziales macht nicht die CDU. Selbst Digitalisierung im Nebenerwerb macht auch nicht die CDU. Sondern die CDU hat sich auf das Kanzleramt im Wesentlichen beschränkt und lauter defensive Ministerien. Das ist zu wenig, um ein starkes Land in die Zukunft zu führen, in einer Zeit der Veränderung. Und deshalb wird es unsere Aufgabe sein, als Freie Demokraten diese GroKo, wie sie sich selber nennt, die eigentlich eine GECO, also eine Koalition der Gestrigen ist, im Parlament zu treiben. Damit eines nicht passiert, nämlich die Chancen der Digitalisierung einfach an Deutschland vorbeiziehen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.